Hallöchen und willkommen zurück bei Diablo 2, ihr Lieben. Wir gehen, wo gehen wir denn hin? Ins Schwarzmoor, äh, hinter dem Dunkelwald und suchen nach dem Turm. Die Betonung liegt auf Suchen, nehme ich an. Wir waren ja da irgendwie schon. Aber, äh, ja, wo könnte hier dann ein Turm sein? Man weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal, äh, büchartiges Gewürm. Ja, ja, alter. Oh, speidig, hatte ich da auch schon, oder nicht? Ich muss mal hier weg. Oh, Lena, kannst du vielleicht mal hier so ein bisschen, äh, mal mitmachen? Ein bisschen mehr? Das wäre, äh, nett. Bevor ich hier tot umfalle? Meiner Güte, ähm. Äh, ah, halt. Nein, nein, geh weg, geh weg. Ich hab gar keine Zeit für euch. Wo ist denn die Alta... Ach, hier, die Alta ist da. Ey, geh. Ja, das bringt nichts. Ich muss erst hier... Na, ich... Gib mir mal einen Trank. Gib mir mal, gib mir mal. Hier, mach mal um, gib mir einen Trank. Mach alles um. Mann! Kommt mir ja wieder gar nicht zum Looten. Bäh. Mana? Warum hab ich denn hier kein Mana? Ich hab nur hier unten Mana. Das ist ja doof. Das will ich aber jetzt auch nicht anbrechen. Ha! Es hat geschossen. Die Truhe hat geschossen. Bäh. Wo ist eigentlich meine Karte? Kann ich mal... Ach, da ist meine Karte. Äh, ja, ohne Karte geht's nicht, ne? Dafür hat man sie ja. Da haben wir ein bisschen Ausdauer-Elixier. Brauche ich gerade nicht. Wo schießt du denn hin? Mein Gott, ey. Lass uns mal hier lang. Guck mal. Ach, hier sind doch... Hier ist doch ein Lager. Alter, Schwede. Komm mal hier rüber. Ich will doch nur den Turm. Wer bist du denn hier hinten? Hopp, du Arsch. Ne? Noch irgendwo? Wilde Schamann. Mein Gott, ey. Wie viele sind denn hier? Es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele. Ah, da kommt die fest. Ah, Olena. Mach du dat. Ich will ne mehr. Olena, dampf schon. Ja, ich hab kein Mana mehr. Verdammte Axt. Ich weiß. Ah, da oben ist auch welche. Nein, die sind ja überall. Warum? Warum? Warum tut sie das? Alter. Ich, ich aber hier. Ordentliches, ordentliches Schlachtfeld. Hier du, ne? Hau ab, du. Ah, so. Jetzt war es mal ab hier. Ich, ich, ich möchte mal ein bisschen wenigstens einsammeln. Eh. So. Fein, fein. Kann ich denn einfach mal diesen Turm vielleicht bekommen? Oh, da grunzt es schon. Was grunzt es mich an? Plögen. Bin aufgestiegen. Irgendwann eben muss ich aufgestiegen sein. Da unten sind die Buttons rot. Push the Buttons. Hallo. Ah. Ist gleich abhaut hier, ne? Ne. Ah, Schnauze. Der ist um. Ist mein Cursor? Ich sehe hier irgendwie gerade gar nichts. Ich sammle mal das Gold hier ein bisschen ein, ne? Oh, Lena, du machst es da mal, bitte. Warum sind denn hier, was ist denn? Ist hier irgendwo ein Nest? Ah. Tod, verdammt. Gewalt. Hä? Jo. Du bist um. Bei der Brücke war ich doch auch schon, ne? Da kamen wir doch schon irgendwie wohin, wo ich gar nicht hin wollte, oder? Wo waren wir jetzt? Hier ist das auch noch Schwarzmoor. Oh, ne, echt? Oh, shit. Höhle? Ich habe doch nur den blöden Turm. Aber ich bin immer noch im Schwarzmoor. Okay. Ah. Nee. Das sind einfach zu viele. Guck mal, da haben wir einen Schreinschein-Dingsboms. Da gehe ich jetzt mal... Ne. Füllt der alles? Ja. Der füllt alles. Das finde ich super. Hier irgendwo... Ach, hier unten. Da ist der olle Schamala. Geh um. Alter. Ich treffe nichts. Oh, guck mal. Mana. Das nehme ich doch mal mit. Der Schmanner nehme ich doch mal mit. Müssen wir mal hier unten lang. Ah, wilder, wilder Halt. Und mal die Tru... Ne, die Knaps. Au. Hat Olena voll Feuer in den Popo bekommen. Naja, shit happens, ne? Aber ich bin immer noch im Schwarzen Mars. Ich bin noch im Gebiet. Also wir haben noch Chancen, einen blöden Turm vielleicht irgendwo zu finden. Ich glaube, diese Karten, die werden auch irgendwie... Ich weiß nicht, wie er random generiert, bin ich der Meinung. Ich kann mich aber auch gerade trufen. Ach, jetzt habe ich schon wieder keine Energie mehr. Warum? Energie, Scotty. Hier, den da. Den da. Jawohl, danke. Hier oben. Ne, ne, ne. Hier macht man die Truhe. Die will nicht nix drin. Obeläer. Ach Gott, ey, es ist aber auch... Auch noch welche. Ich habe gesehen, da ist ein Haus links von uns. Aber wenn die mich natürlich nicht mal in Ruhe lassen, dann werde ich da nicht hinkommen. Oh Mann, weil hier sind auch immer wieder neue. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Geh, du, ey. Geh um. Echt. Du Stück. Kann ich jetzt mal kurz hier. Bei dem Haus. War ich da schon mal? Ich erinnere mich nicht. Hier sieht ja... Ah! Hier sieht ja jedes Haus irgendwie gleich aus. Guck mal. Truhe. Nix drin. Frechheit. Okay. Raus da. Warte mal. Warte mal, Fräulein. Hier ist doch... Ist das nicht? Ne, okay. Der Stein geht nicht. Verdammt. Ich hätte geschworen... In dem Stein. Unter dem Stein. Ist irgendwas Cooles drinne. Äh, hier. Nehme ich mit? Ach, guck mal. Hier hängen die toten Jägerinnen rum. Die wollen wir doch mal runterlassen. Super. Droppt aber auch keiner was. Ne. Was haben wir hier? Ausdauer. Ach, nö, du. Gerade nicht. Hier, schieß doch mal weiter. Um Gottes Willen. Hier auf den. Uff, den druff. Halt, ihr ist... Gute Lederhandschuh. Okay. Hier, den da. Den will ich. Da unten gehen. Kleinen Sack. Okay. Legold. Nehme ich mit. Warum ist hier auch kein Turm? Das macht nicht ja... Schon wieder Ramdü... Kommt ihr denn nach? Ramdü... Ramdü... Das ist genau das richtige Spiel für nache Arbeit. Äh, Ausdauer, ne. Ausdauer will ich nicht. Bling, bling. Bling, 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 bling. Okay. Truhe. Gold. Nimm's mit. Aber immer noch keinen Turm. Hach. Ah. Ich renne aber auch immer wunderbar rein. Oh Gott, ey. Guck mir mal einen Haltfang. Einen Haltfang hätte ich gerade mal gern. Dann kümmern wir uns hier oben mit Schamanen. Alle um, alle weg. Jetzt habe ich gleich keinen Mana mehr. So, ne. Bolzen will ich auch nicht. Hup, au. Voll reingerannt. Verdammt. Oh Mann. Wieso komme ich hier auf keinen grünen Zweig? Ich brauche Mana. Ja, ich weiß es. Du brauchst Mana, ey. Oh. Mein Gott, echt. Guck mal. Guck mal. Lockerfels Orken. Was war denn jetzt, äh, hier oben? Ja, da sind wir im Hochland. Hochland will ich nicht. Mach man aber auch. Das kann doch nicht sein. Haben die den Turm hier weggebeamt oder so? Hm. Huah. Hier unten. Der böser Bogenschütze. Jawohl, ey. Oh, na. Schaut aber doch so viel. Oh, Lena. Wo bist du denn eigentlich, Fräulein? Ja, trössst du den auch mal da unten? Hallo. Guck mal. Oh, Weier. Äh, du musst mal ein bisschen, komm mal ein bisschen hier raus. So. Hier, mach mal die Truhe auf. Toll. Ey, nix drin. Das nehme ich mit. Und Gold, Gold, Gold. Schamane. Äh, Hilfe. Ich kann hier nur noch wild mit... Ach, halt die Klappe mit deinem Scheiß-Mana. Ich kann hier wild nur noch mit den Dingern um mich werfen. Ah, da kommt schon wieder einer. Danke, Lena. Gib mir mal hier. Äh, so, da den, äh, Dingens-Heiltrank. Misch mit. Ah, da, 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 da. Da ist was. Das, äh, sieht doch gut aus hier. Oh, das kommt auf jeden Fall mit. Und guckt mal. Hier ist doch ein Gebäude. Oh, wei. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Das sieht doch aus wie besagter, äh, Turm. Bin ich aufgeladen? Jo, dann rein da. Ah, zum vergessenen Turm. Okay, abwärts. Ähm. Dieser Ort birgt viele Geheimnisse. Ja. Ja, Fräulein. Turmkeller Level 1. Quest-Logbuch. Erforschen Sie gründlich die Keller-Dungeons unter den Ruinen des Turms. Okay, machen wir gleich. Äh, lass mich mal hier gerade gucken. Ich bräuchte vielleicht ein bisschen Energie-Scordie und ein bisschen Vitalität nehme ich auch dazu. Und da hätten wir doch auch schon wieder was. Ähm, nam, 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 nam. Das war das mit dem Mana. Passiv, ne? Finde ich gut. Hauen wir gleich einen Punkt drauf. Mana kann man ja hier nie genug haben. So, dann gehen wir hier abwärts. Geht denn doch? Na, ihrs? Wo, wo, wo seid ihr so alle? Es ist überhaupt kein Schwein zu Hause. Das ist so ein komischer Turm. Doch, guck mal hier. Hier geht's irgendwie rein. Mach mal um. Autsch. Vielleicht sollte ich auch nicht alle Fässer kaputt machen. Das ist ja doch immer ein bisschen arg gefährlich. Äh, ja. Wo gehen wir denn jetzt mal, äh, vielleicht hin? Guck mal hier. Oh, oh, oh. Das, äh, finde ich gut. Das kommt mit. Oh, oh. Oh, oh, wer seid denn ihr? Geister? Äh, geht weg. Geht weg von mir. Oh, Dinge, Falke, was? Hm, Ballon. So, Mana, Heiltrank, okay. Ach so, Olena, was hast du eigentlich? Level 10 hat Olena, seht ihr mal. Okay, dann hier nächster Sarg. Wunderbar, nehm ich mit. Die Kohle wenigstens. Ja, wie jetzt? Sockgasse. Ohne Sockgasse, da versagt mir doch gerade schon die Stimme. Ja, dann gehen wir halt hier unten weiter. Äh, öh. Okay. Ja, ha, ha. Gott, 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 Gott. Mö. Der hat voll gewirrt. Äh, gemäht. Mö. Öh. Ähm. Was ist denn das hier? Ach, guck mal, Level 2. Das ist ja cool. War ja nicht so groß. Ja, dann gehen wir doch abwärts. Abwärts gab es mal einen Film. Ich glaube, der war mit Götz George. Da ging es irgendwie um einen Fahrstuhl des Grauens oder so. Ich hab den gesehen. Ich hatte damals irgendwie eine Vorschau, meine ich, gesehen. Den fand ich gar nicht lustig. Das ist gar nicht. Der Fahrstuhl ist abgestürzt und alle sind zu Tode gekommen oder... Irgendwie sowas. Irgendwie sowas Wildes. Äh, jo. Töchchen, da ist ein Körper. Kann ich da mal hier gucken? Danke. Nehm ich mit. Einmal hier durchs Feuer. Übel. Ruf der Ausspießer. Wo bist denn du? Übel ist schon oben. Übel hat einen gelben Schild. Das finde ich aber nett. Die holen wir mal aus dem Feuer hier, die Damen. Bitte verbrenn dich jetzt nicht. Ah ja, hab ich es doch gerade gesagt. Du sollst dich nicht verbrennen. Ich renne mal hier unten lang. Da ist wieder geiles. Noi. Oh Lena, komm mal hier rein. Ich weiß ja, du bist nicht meine persönliche Leibwache, aber du könntest trotzdem mal hier... Oh weih, hier gibt es noch ein Level 3. Okay. Äh, persönliche Leibwache, aber du könntest trotzdem mal auf mich aufpassen. Wow, es schießt schon. Es schießt schon. Warum? Okay, ist schon um. Um und aus. Okay, hallo. Wo seid ihr denn alle? Ich kann euch hören. Ich kann euch riechen. Nur sehen kann ich euch nicht. Was sind wir hier? Oh, Alter, Level 4. Wer sagt mal, geht's euch noch gut? Okay, wir gehen direkt an Level 4. Ich meine, wenn ich es schon gefunden habe, ne? Dann gehen wir auch direkt dahin. Ich meine, ich muss ja sowieso schon hier immer genug umsuchen. Da kann ich es ja mal ausnutzen. Das wir es gleich... Oh, Hörkerzen. Das wir es gleich finden hier. Ja, und wieder explodiert. Lass mich mal... Oh, wei. Bin schon wieder voll hier. Lass mich mal einen Heiltrank nehmen. Auf jeden Fall wird es hier ziemlich feurig. Aua. Ich muss hier raus. Uah, Champion Geist. Nein. Warum? Ey, diese Blauen, die sind schlimmer als alle anderen. Das ist in Diablo 3 auch so, bin ich der Meinung. Ah, geh weg, du. Dass die blauen Monster übler sind als in... Oh, Lena, mach doch mal mit, Mensch. Wie? Guck mal einer... Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ich weiß. Du kannst nicht noch mehr tragen. Du bist so ein armes Schwein, ey. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann schon echt. Ja, trink das, trink das. Können wir wenigstens die Tränke mitnehmen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, wollte ich doch auch gar nicht, Wohlenus. Hm. Frage mich. Alter, Level 5. Wie tief ist dieses Ding? Wir sind gleich im Erdkern. Oh, Questlogbuch. Entledigen Sie sich der bösen Gräfin. Ach, du Scheiße. Oh, Lena, bist du bereit? Wo sind die böse Gräfin? Gräfin des Bösen? Ja, das ist sie nicht. Das war sie nicht. Aha. So ein Brunnen kann ich nicht benutzen. Bin ja auch voll. Oh, wei. Jetzt müssen wir hier die olle Gräfin finden. Gehen wir mal hier hoch. Waaah, ich hab verfolgt. Angriff. Alter. Hier, ihr Pultbumpen. Gehen des Gesocks, ey. Die sind echt schon nicht ohne hier, die Damen. Dein Blut wird kochen. Was? Was? Waaah, die Gräfin. Oh, Lena, hau sie um. Oh, Lena. Oh, Lena, mach mit. Alter, ich kann das doch hier nicht alleine. Die rennt mir doch alles hinterher. Kommt die hier nach? Nee. Die kommt nicht hinterher in den Raum. Das ist ja blöd. Alter, ich brauch Blut, Blut, Blut. Nein, 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 töte mich nicht. Ah. Hilfe, Hilfe. Hallo, jetzt renn doch mal weiter, wenn ich klicke, du dusselige Nuss. Huh. Mal ganz kurz. Finde ich gut. Die kommt hier nicht hinterher in den Raum. Finde ich gut. Müssen wir uns mal kurz aufladen. Wow. Die böse Gräfin, ey. Steht aber auch hier direkt an der Tür. Jetzt fällst du aber um. Nein, fall um, fall um. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Super. Oh, 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 oh. Platsch, ey. Das war ja wieder kurz vor knapp. Oh, bling, bling, bling. Ich seh gar nichts vor lauter Licht. Bling, 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 bling. Geil. Okay. Ey, ist ja gut. Reg dich ab. Ich hoffe, ich finde noch mehr solche Schätze. Äh, yo. Alter Sklärchen. Da wollen wir hier mal einsammeln. Oh wei, oh wei. Erstmal irgendwie alles, was nach Gold, gold aussieht. Ja, ja. Ja, ja. Hier, nee, nee. Hau mal nicht ab da hinten. Ja. Hier liegt das ganze Gold. Gold, 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 gold. Gold, 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 gold. Gold, noch mehr Gold. Guck mal, da ist Gold. Da auch noch. Da auch noch. Da auch noch. So, jetzt lass mich mal. Hui. Das haust du dir jetzt rein. Dann haust du dir am besten noch einen rein. So. Dann nehmen wir mit. Ja, ja. Das sind alles schwache. Schwache. Hier drüben. Ja. Toll. Ey, die hat nur Schrott verloren, die Alte. Wie unfair. Wo war denn hier nichts gescheites dabei? Quest abgeschlossen. Ja, wunderbar. Einer haben wir noch offen. Suchen Sie in der Kaserne des Klosters nach dem Horadrimalus. Sehen Sie sich vor dem Schmied vor, der ihn bewacht. Der Schmied. Hm. Der Böse. Naja. Ich hab nur grad keine Ahnung, wo der sein könnte. Aber okay. Ich werd jetzt mal hier, glaube ich, ein Portälchen aufmachen. Den ganzen Krempel einsammeln. Verkaufen, zurückgehen, nochmal einsammeln und so weiter. Und dann beschäftigen wir uns in der nächsten Folge, ihr Lieben, mit dem ollen Schmied. Und bis dahin, eure Trin. Ich hab mal gesagt, ihr Lieben, mit dem ollen Schmied. Dann spüren wir uns in der Kaste, ihr Lieben, mit dem Ollen verh금. Wir sehen uns in der Kaste. Und dann, die Mauer haben wir noch mal einsammeln. Und dann müssen wir uns in der Kaste. Und dann, dann, dass wir ein Mauer sind übern. Vielen Dank.